Hast du mal überlegt, jetzt fängt wieder der Montag an. Und dann haben wieder alle was zu meckern. Und der Chef als erstes. Wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes. Du, ich wünsche dir eine entspannte Woche und einen schönen Montag und lass dich nicht stressen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017